Würde mir erstmal ne ausmachen, alter. What the fuck? The fuck, da ist ein Hohn geschlüpft. Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Depo mit Sperrg und Tobra und mir Dörlig. Moin, moin, moin. So, wir haben alle Kürbisse auf, wir haben jetzt beschlossen, wir machen es uns ein bisschen schwerer. Ja, nein, Quatsch, eigentlich nicht. Bei mir wäre es nicht schwerer, ich habe ein High-Tech-Wieso. Geht aus, den Scheiß, bitte. Oh, Entschuldigung, der Herr. Es tut mir sehr leid. Bitte sei jetzt sie nicht sauer. Kann es sein, dass wir nur von einem Scheißwald in Runde zu erden. Wir können ja auch mal in die Richtung vom Spawn laufen, da war doch Wasser. Ja, aber da waren so komische Berge. Ja, dann macht man Flachladen. Dürlitz, dürlitz, dürlitz. Sollten wir vielleicht nicht noch ein bisschen Holz sammeln. Bisschen Essen wäre schlau. Ich habe auch nur noch ein Steak. Ah, nee, warte, ich habe ja eher ein paar Kühe. Ich habe zwei Hammel, neun Rinderfleisch. Heyo, bei mir läuft. Hier sind so viele Kühe. Baumschlache sind ja einfach alle ab. Ja, wobei, wir sollten vielleicht auch mal gucken. Also, wir bauen uns ja schon so ein richtiges Haus und so. Ja, richtig. Ja, und... Weil ich will nicht mit euch beiden zusammen im Haus wohnen. Wir machen aber ein Gemeinschaftshaus und kannst ja gerne deinen eigenen Raum haben. Ja, das hat auch... Jetzt pass auf. Ne, was ich eigentlich meinte, dass wir dann halt auch Kühe und so einen Scheiß züchten. Ja. Ja, klar. Ja, das meinte ich doch, deswegen sollten wir nicht alle töten. Ihr Vögel. Ja, Logan. Du bist jetzt mal in der Jackson. Ja, Logan, alle. Durchstratzen. Natürlich, ich erinnere dich, wenn du von Bäumen runterspringen möchtest, guck erst mal nach, ob ein Block daneben Wasser ist. Ja, warum? Okay, das Wasser. Phoenix. Phoenix. Ach, da seid ihr schon aus dem Bettel raus, das kannst du dir angucken. Spoiler doch nicht. Ja. Wenn es wirklich so ist, ey, das wäre mega scheiße. Wenn die Folge kommt und die beiden wirklich von draußen sein sollten, dann hast du aber sowas von gespoilert. Oh ja, hier ist Wasser. Und wenn wir die ganzen Bäume wegreißen, das wäre das richtig Hammer, Alter. Ja, wäre es wirklich. Ich glaube, hier bauen wir. Ja, weil da ist richtig Wasser. Mir gehört da hinten auf... Also, wenn ich mein eigenes Haus noch irgendwann bauen möchte, mir gehört das... Nein, mir gehört da vorne die Insel. Und mein Arsch. Ja, dein Arsch gehört ja auch. So, ich guck mal, wo will ich denn hier hin? Oh, ich will da. Hier, an den Strand. Hier will ich hin, da. Ja. Lass ein Gemeinschaftshaus bauen erst mal. Gemeinschaftshaus. Können wir ja erst mal bauen. Kommt der mir so, Alter. Kommt der mir so, ey. Aber wir können ja von einem Haus so ein riesengroßes Haus machen, wo denn Gänge lang gehen zu den einzelnen Häusern von uns. Nö, ganz einfach. Nein. Ja, ganz einfach. Nein. Natürlich. Okay. Wieso habe ich Sand? Nicht mit dem Sand. Da hast du gar eine Höhle da liegen. Echt? Da ist eine Höhle. Mensch. Super. Happy Birthday. Oh, geil. Alter. Ich spiele da noch ein bisschen runter, Herr Mensch. Wir haben jetzt herzlichen Glückwunsch an jeden, der gerade am Kurztag hat. Happy Birthday an euch alle. Ihr Ficker. Genau. Ihr seid alle ein Jahr näher dem Tod. Happy Birthday. So, ich habe mir hier ein Schild hängen gemacht. Nicht mehr lange. Wollt ihr auch Schild? Dann seid ihr auch endlich erlöst. Ja, bitte. Nö. Ich komme kein Schild. Ja. Markiere dein Reich, Döld. Als King Youngedöld. Jetzt. Gott, wie behindert. Ja. Jetzt ignorieren sie mich. Ja, da. Die ist so chillt. Komm, was steht da? Ich liebe mich. King Döld. Hashtag. 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 Was ist Hashtag? Was wollt ihr? Hashtag. Hashtag. Was? Ich habe noch nie ein Hashtag benutzt. Hashtag Dato. Hashtag Dato. Wobei, 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 wie gesagt, in der ersten Folge habe ich ja Hashtag Allianz noch mit reingepackt. Stimmt. Hast ja gemacht, habe ich gesehen. Also, ja. Ja. Ist ja jetzt 48 Stunden. 48 Stunden haben wir ja die erste Folge aufgenommen. Genau. Ich habe immer noch das gleiche an. Immer noch den gleichen Kaugummi in der Fresse, aber. Und immer noch die gleiche Frisur. Tag drei. Die Frisur sitzt. Drei Wettertaft. Oh mein Gott. Übrigens, ihr sprecht wird gesponsert von Schwarzkopf. Schwarzkopf passt immer für dein Haar. Was? Und dabei bringt ihr so eine Rassistensütze. Ihr solltet euch schämen. Oh, it's... Oh, ich glaube, das ist richtig. Will always love you. Mich alle... Mich jede Folge. Jede Folge. Ich sag's jetzt. Jede Folge. Ich werde jetzt bei jedem Regen übrigens singen. Und zwar genau das Lied. We'll always love you. Ja, das habe ich beschlossen. Bitte fang nie wieder an zu Regen. Hashtag Böse Onkelz. Hashtag Geile Band. Hashtag zumindest früh. Hashtag. Hashtag, was die Hashtags sein. Hashtag, Hashtag. Hashtag, ich brauche kein Hashtag. Hashtag. Hashtag, Hashtag. Wieso steht hier ein Schild, das einfach nur Topra schreit. Weil das mein Schild ist und mein... Hier, friss ein... Friss... Friss Bäume. Mach das doch nicht kaputt. Ich habe es nicht kaputt gemacht. Das steht da noch. Ich habe nur Bäume... Toll, ich kann das Holz nicht mehr aufsammeln. Hey, yo. Da steht ein Kiste. Ein Oven, ein Oven. Eine Kiste. Jetzt habe ich euch meine Sachen gegeben. Deine Sachen vor allem, das sind meine Sachen. Das ist überhaupt nicht... Das ist meine Kiste, die habe ich da hinten gestellt. Ja, deswegen sind es meine Sachen. Du hast es schon gesagt, dein Arsch gehört mir, also gehörst du mir. Ich habe jetzt einfach mal mein Inventar entleert. Ich habe ein Geschenk bekommen. Hey, Steam, gucke ich mir das an in der Aufnahme. Du hast ein Geschenk bekommen, what the fuck? Hat der Schimmel wieder ausgeschenkt? Digga, was brüllt's denn jetzt so? Dürrlit, mach weiter so mit deinem Space. Die gefallen mir sehr gut. Sie haben ein Geschenk erhalten, Payday 2. Dürrlit, du weißt, ob wir nachher noch aufnehmen werden. Ich habe schon Payday 2. Alter, Digga. Ich habe auch Payday. Wer ist das? Jetzt erwähnen wir dir nichts. Hat er doch. Die Genie nennt er sich. Alter, Digga, mein erstes Geschenk. Mein erstes Geschenk war Dings. Ich glaube, das war von Schimmel, war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich nochmal nachgucken. Es war... Nee, ich glaube, von Slime war das noch. Der hat mir Dings geschenkt. Wie heißt das? Alter, Payday 2. Ich habe noch nie ein Geschenk bekommen, aber ich habe meinen Steam-Link auch aus YouTube gepackt. Ich habe meinen Steam-Link noch nicht mal auf YouTube und ich halte es bei Steam komplett anders. Ja, Sora, Schwesti. Geiler Typ. Den schreiche ich gleich erstmal an. Sorry, Leute, dass es in der Aufnahme ist, aber boah. Nee, nee, nee. Einmal mit professionellen Arbeit. Tschüss, ich gehe jetzt. Tschüss. Tschüss. Ich bin aber wirklich aus dem Bild gelaufen. Ich habe ihm geschrieben, krasser Typ, danke dir, mitten in der Aufnahme. Heftiger Typ. Hashtag hast du ja in einer Werbung verdient. Ihr wisst, was wir nachher aufnehmen. Vor allem eben Payday 2. Natürlich, Hashtag Payday 2. Jetzt müssen wir jetzt eigentlich auch aufhören, Leute. Viel Spaß. Wie viel Spaß? Was soll das jetzt heißen? Nee, weil Payday, ich habe gestern so überlegt, ob nicht vielleicht... Payday ist nicht direkt von Valve, ne? Hm, komisch. Vielleicht würde ja Payday 3 angekündigt werden können. Payday ist überhaupt nicht, hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Ja, ist aber... Hast du ja nicht mal Wolbex? Das Einzige, was angekündigt wurde, äh, gestern, äh, ich meine natürlich vor drei Tagen, äh, war, dass die Source 2 Agent kostenlos wird. Vor vier Tagen, die andere. Vor allem, das ist Rundholfenstein, wurde wieder angekündigt. Aber es gibt ja immer noch die E3. Wir warten, hoffen, dann. Kein auf Half-Life. Oh, was schon wieder mit dem Internet? Ich meine ja, E3, Half-Life 3, äh, Pressekonferenz. E3, 3, 3, 3, 3, gut. Wird Hopper gerade ignoriert und, äh, deswegen? Nee, ich, ich habe Verbindung zum Server verloren. Ich habe eine scheiß Internetverbindung gerade. Ja, oder? Wissen. Oh ja. Schleckt gerade überhaupt nicht. Nein! Quatsch. Wie komme ich drauf? Ach komm. Hast du gerade versucht, mir mit einem Ei abzuwerfen? Jetzt wurde ich noch zu einer Gruppe eingeladen, WeLoveAnimis. Nein, ich nicht. Boah. Ich bin voll fies. Läuft, Alter, richtig. Wir müssen öfter... Deto! Deto! Also, ich bin ja in der Gruppe drin, muss ich sagen. WeLoveAnimis? Hm. Ist eigentlich eine gute Gruppe. Aber es wird viel gespampt. Also, es ist... Boah, heftig. Mitten in der Augenhau, Leute, ey. So ist es im Leben eines Dürlitz. Also, du wirst die ganze Zeit fertig gemacht von irgendwelchen Menschen? Ja, ich kenne auch die ganze Zeit bei Steam irgendwelche Handynummern oder... Und dann sind das doch just Scam-Mails nur. Nee, ich habe auch immer... Mach auch immer... Nein, das wäre jetzt böse. Machst du aber nackt Fotos oder was? Ich mache immer Streams, die ich Tittenboden nenne. Und zeigst dann deine Knie in die Kamera. So, da bin ich wieder. Sehr gut. Vor der Kamera 3. Gut, dann hast du unsere Konversation ja gerade nicht mitbekommen. Ja, nee. Schau mal, Vater gelabert. Oh, geil. In der Aufnahme, das ist ein Leben eines Dürlitzes. So gesehen kannst du ja Tittenbonus machen, Dürlitz. Man-Boobs. Das kann ich auch. Ja. Gibt Leute, die stehen drauf. Wie heißt das Video? Äh. Oh, nicht Big Booty Bitches, sondern... Big Booty... Wigga, Wigga, Wigga? Nee, Worms, lauf mal Titzel oder so. Titties like a woman. Titties like a woman. Können wir mal irgendwie, äh, Dings töten, spinnen? Geht das? Also, wofür so? Ich würde mir einen Bogen machen. Ich würde... Ich würde erstmal eine Angel machen. Würde mir erstmal eine Haus machen. Alter. What the fuck? The fuck? Der ist schon hohen geschlüpft. Der hat mich mit dem... Fuck, der war ein Lebewesen drin. Ich hätt's fast gegessen. Kann man... Warum ist es... Warum? Topa, 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 Topa. Ich hab's grad gesehen. Ich hab's grad gesehen. Danke. Bitte. Ich lege auf den Hinterkopf. Äh, jetzt hier. Komm, Mama. Au! Schlag auf den Hinterkopf. Hilft dem Weg. Achtung. Au! Ein Pfeil im Hinterkopf hilft nicht. Wow! Hier geht's jetzt voll ab. Ich kann hier sogar übersetzen, was Kamikaze da ist. Oh, toll. Ui, toll. Ich überleg grad, ob ich das mit meinem Vater vielleicht sogar drin lasse. Ich weiß es nicht. Nein. Ja, Topa, was machst du so? Wieso hast du dir den Penis aus der Hose hängen? Vor allem, wenn mein Vater mich auch Topa nennt. Oh, Spinne! Was machst du da? Heißt du doch nicht Alex Topa? Ist das nicht dein Name? Ja, doch, natürlich. Da ist du doch auch auf Facebook. Das weiß ich überhaupt nicht auf Facebook. Wer spielt immer auf Facebook, du Arsch. Ich hab' dir den auch nicht auf Facebook. Doch! Hast du. Nein. Obwohl, das ist jetzt scheiße, wenn ich's gesagt hab. Oh Gott, nein. Zumindest deinen Privataccount hab' ich nicht. Das ist wohl wahr. So, Leute, bauen wir ja mal an. Auch wenn er mir immer wieder angezeigt wird. Kennst du, kennst du den? Wisst ihr auch warum? Wegen WhatsApp. Wegen Nummer und so. Weil ich weiß, ihr habt eure Nummer. Wir haben auch deinen. Oh, nein! Das ist... Das könnte ich nicht raussehen. Fuck. Ich muss weg hier. Du musst Facebook. In's A. Ah! WhatsApp löschen. WhatsApp, ey. Lachen. WhatsApp. Bauen wir jetzt hier ein Haus, oder? Ja. Wir Planeten doch da. Das war gerade schon. Planeten? Genau, wir Planeten. Planeten, ja. Planeten, ja. Planeten, ja. Planeten, ja. Bühne. Oha, nicht. Oha, das ist echt mies. D.D. ist richtig nice. Der ist D.D. ist geflasht, aber. Ne, Aufnahme, oder? Kann nicht, ane. Kann nicht sein, D.G. Halte, maulale. Will, wer, will, wer noch eine Able? Nein, ich will einen Bogen machen. Ich kann dir einen Bogen machen, schnell. Schnell. Hallo? Willst du den? Was? Wie ist das denn möglich? Den da. Und den? Und den? Ach, und der? Doch, gerade den verschissenen Bogen aufgesammelt. Ich spiel. Genau den hatte ich. Ich hab da was an der Angel. Uuuh. Guck mal, ich hab da was an der Angel, Alex. Komm mal her. Boah, ich hab Zungen getroffen, Digga. Instant kill. Toll. Warte, ich weiß, was ich mache. Ich geh da auf den Berg und lass den mal ein bisschen Falschhase kriegen. Leider ist er tot. Oder auch nicht. Es wird heute nix mehr. Angel nicht. Übrigens noch ein paar Dings für mich. Du würdest da bleib stehen. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Nimm ich überhaupt Dange? Ach, genau. Ich wollte mir ne Schaufel wascheln. Warte, musste ich erstmal. Halt. Funktioniert nicht mehr. Haben wir irgendwo Eisen? Man konnte früher, früher konnte man ein Spiel haben. Ne. Ich war gar kein Eisen. Doch, Brett. Kann ich wirklich nicht. Alter, was ist denn hier los an Mops, ey? Meine Fresse. So, ich mach mir jetzt ne Eisenschaufel. Wolle ich uns mal Petten machen? Achso. Was? Du hast noch nicht gebeitet. Doch. Stimmt. Du hast noch nicht gehört. Sag einfach so. Neue Nudeln. So, zufrieden? Nee, du hättest einfach so sagen. Einfach so. Einfach so. Ich kann einfach so einfach so sagen. Nicht einfach so. Nein, einfach so. Du hättest einfach nur so sagen. So. So, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück. So, Deto. Und Bett. Ich leg mich planen. Tschüss. Oh, schon Tag. So, komischer Wecker. So, komischer Wecker. Mein Bett geht dabei kaputt. Du reißt mein Bett auseinander. So, was ist das? Ja, was ist denn los hier? Bauen wir jetzt hier oder? Wie lange willst du hier noch planieren? Bis nichts wird schon planieren. Ich planier hier mein Strandhaus, Digger. Du hilfst hier bei unserem Gemeinschaftshaus. Wenn nicht, dann schlepp ich dich hier hin. Oh, geil. Heißt das mal. Dann kette ich dich in meinem Keller fest. Digger, wie groß sollte es eigentlich werden? Viel zu groß. Ich merke es gerade. Oh, das geht schon auf mein Grundstück. Das geht gar nicht. Dein Grundstück. Du gehst gleich auf mein Grundstück. Digger, was willst du? Was? Wacken, was ist wacken? Wacken. Alter, wie viele Mobs. Wixi Krise. Kuhle, Kuhle. So, wieder gebeidet. Lasset den Hate beginnen. Beginnen. Das war so cool. Der Hate war so unfassbar geil. Oh ja. Ich will den nochmal erleben. Ich glaube, so viel Aufmerksamkeit auf ein Video hatte ich noch nie. Also zumindest. Nicht hören. Das war auf das letzte. Das war auf eines der Videos, die ich in Battle Staffel 2 hatte. Gute Zeiten. Gute Zeiten. Ich meine jetzt eher so von den Bewertungen her. Ist doch nicht deren Ernst. Das ist das zweite Mal in einem Part. Und I will always love you. Habe ich jetzt gar nicht vergessen. Ich habe den geilen Sonnenaufgang im Video, wie ich angel. Du bist so cool. Ich angel die Sonne. Ich fange einen Stern für den. Ja, du hast. Einen Stern. Der deinen Namen trägt. Der Mutter trägt. Hey. Was für deine Mutter, Digga. Was hat hier eigentlich mit den Müttern das jemals Anderen? Wir führen eine sexuelle Beziehung mit der jeweils anderen Mutter des Anderen. Tja, das soll mal einer verstehen. Dann tut mir die Person, die mit meiner Mutter liebt. Ich meine... Ja. Hoff nur, dass deine Mom niemals deine Videos guckt. Ich glaube, dass piep ich sogar rauskriegt. Ja, das sagst du jedes Mal. Dann gucke ich mir die Folge an und denkst du, ja, der ist super rausgepiept. Der ist der Piepmeister. Der ist super. Der Master der Piepshow. Das ist wohl jetzt auch alles gepiept, Leute. Für alle, bei denen es jetzt gepiept hat, beim Topra-Piepkampf. So, ich hab mal das Meer ein bisschen vergrößert. Geil. Das Meer vergrö... Wolltest du da nicht deinen Strand rausnehmen? Doch, doch, das kommt alles noch. Das soll aber einen Steinboden haben, weißt du? Verschwindet. So, gut planiert, Loni. Können wir anfangen. Nein, was machst du? Why are you doing this? Eine Wasserrunde. Jetzt hast du eine Toilette. Ihr seid solche Ficks. Ah, Mann. Kohle, Kohle. Ich könnte jetzt mal den scheiß Kaugummi wegschmeißen. Jetzt haben wir hier Platz. Und jetzt... Und wo mach ich denn rein? Jetzt! Wenden wir einen Part. Nein, noch nicht. Erstmal eine Minute. Trinken. Professionality Cake. Hashtag. Ich glaub, ich werd mal das ganze Eisen brennen. Warum ist hier ein Steak drinne? Dillette meint... Nichts. Sparic meint. Ich werde mal das Eisen brennen. Oder war's doch Dillette. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Nichts. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Man tut Dillette habe kein funktionierendes Gehirn. Vulva. 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 Vulva, ne? Was? Ja gut, Freunde. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich glaub, wir sind durch. Nichts. Ja? Glaubst du das? Wir sind noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Warte. 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 Das macht er jetzt 10 Minuten lang. Jetzt. Jetzt. Ja. Waaaah. Ja. Bis zum nächsten Mal.